Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu Folge 96 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und in der heutigen Infofolge spreche ich über Pferdesport und über Pony-Karussells. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Es war ja sehr viel los. In Kalifornien läuft gerade die Animal Liberation Conference, die ALC. Liebe Grüße an die Aktivisten und Aktivistinnen, die da gerade eine Menge bewegen. Am Freitag war weltweite Vegan Chalk Night oder vegane Kreidenacht. Was nein, natürlich nicht bedeutet, dass ein Haufen veganer Kreide verputzt, um Mineralmangel auszugleichen, sondern ein Haufen Leute Botschaften auf die Straßen dieser Welt kreiden, um die Menschen auf spielerische Weise zu informieren. Ich habe es selbst noch nie probiert. Nicole macht das häufiger und ich habe mir sagen lassen, dass es einen Heidenspaß macht. Also könnt ihr auf veganchalkchallenge.org euch über das Kreiden informieren. Das könnt ihr nämlich so ziemlich überall und immer machen, wo es passt und natürlich nicht illegal ist, versteht sich. Also Veganismus hin oder her, bitte versucht die Mona Lisa oder sowas heile zu lassen, okay? Vielen Dank. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und zwar nicht den Link zur Mona Lisa, sondern zur Vegan Chalk Challenge. Heute spreche ich wieder über Tiere als Entertainer, also für unsere Belustigung oder zu unserer Erbauung. Und wenn ihr nicht mehr wisst, was das wundervolle altmodische Wort Erbauung bedeutet, es bedeutet eine erhebende innere Stimmung oder eine Erhebung des Gemüts. Eure Gemüter bitte ich in dieser Folge wieder stark zu sein. Es ist mal wieder starker Tobak und er ist wichtig zu hören. Wie auch das letzte Mal schon verlinken wir euch dieses Mal auch wieder einiges an Videos und Infos in den Shownotes, die die heutigen Themen weiter beleuchten. Denn wie immer haben wir bei dieser Themenflut und Komplexität leider keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also los geht's. Wir haben das letzte Mal schon über Pferde im Kontext Zirkus gesprochen. Heute möchte ich da noch einmal mehr darauf eingehen. Pferde sind ja Tiere, die vielen von uns besonders am Herzen liegen. Unsere Folge über Pferdefarmen hat das klar gezeigt. Die hat nämlich viele von euch so ziemlich heftig erwischt, was sehr verständlich ist. Und viele von euch haben mir erzählt, dass sie die Folge gar nicht zu Ende hören konnten. Pferde sind natürlich wunderschöne Tiere, mit denen wir dank Domestizierung seit Jahrhunderten sehr eng verbunden sind. Und das folgende Thema wird tricky, denn ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen Reiterinnen und Reiter im Publikum hier auch sind. Wie individuell mit Pferden umgegangen wird, unterscheidet sich stark. So viel vorweg. Also ich spreche hier über die Standardpraktiken im Pferdesport und in der Unterhaltungsindustrie. Was fällt uns als erstes ein, wenn wir so an Kindheitserinnerungen denken? An Familienausflüge, an Kirmes und Karussells? Richtig, Ponykarussells. Zumindest war das bei mir so. Einige fragen sich jetzt vielleicht auch, wollen die mir das jetzt auch noch verbieten? Ich ernähre mich doch jetzt schon vegan. Die lieben Ponys, die sind doch ganz ruhig und die freuen sich doch bestimmt, wenn sie ein bisschen Bewegung kriegen. Wir würden ganz gerne einmal aufzeigen, wo überall Tiere zur Bespaßung des Menschen eingesetzt werden und warum für diese Tiere fast ausschließlich das alles eine Qual bedeutet. Ich persönlich kann mich nicht im Geringsten davon freisprechen, Ponykarussells damals nicht großartig gefunden zu haben. Die süßen Mini-Pferdchen, die so brav frei umgehen, streichelbar und immer verfügbar und so. Das war schon eine ganz feine Sache. Ich habe auch immer den Geruch sehr gemocht von Pferden. Was viele allerdings nicht wissen ist, dass diese Ponys stundenlang eng angebunden, oft von Lärm und Hitze umgeben im Kreis laufen müssen. Nicht dürfen. Eigentlich offensichtlich. Ab und zu wird mal die Richtung geändert und vielleicht werden sie auch mal mit anderen Ponys ausgetauscht. Aber weder ihre Beine noch ihre Wirbelsäule sind für diese Art Belastung ausgelegt. Dazu kommt, dass Pferde deutlich besser hören als wir Menschen. Mir persönlich ist es auf vielen Straßenfesten und auf der Kirmes und was weiß ich schon viel zu laut oft und ich kann mir kaum vorstellen, wie es diesen Pferden da ergehen muss. Vom Veterinäramt gibt es zwar die Auflage, dass die Ponys alle vier Stunden eine Pause machen müssen, aber in der Realität wird das praktisch nicht überprüft. Mittlerweile sprechen sich aber auch immer mehr Menschen gegen Ponycarussells aus. Laut einer PETA-Umfrage von 2015 empfinden zwei Drittel der Menschen in Deutschland diese als nicht artgerecht. 59 Prozent sind für ein Verbot dieser Ponycarussells auf Festen und Märkten. Wenn ihr auch dafür seid, dass Ponycarussells abgeschafft werden sollten, schaut nach Petitionen auf den gängigen Seiten wie PETA, Kampakt etc. Schließt euch Demos an und unterstützt diese Industrie bitte nicht, indem ihr sie nutzt. In Deutschland gibt es laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. acht Disziplinen im Pferdesport. Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren, Voltigieren, Reining oder Reining, Distanzreiten und Paraequestrian. Neben dem Pferdesport ist der Bereich des Freizeitreitens mit 1,15 Millionen Menschen ein beliebtes Hobby der Deutschen. Es werden verschiedene Arten von Pferderennen unterschieden, wobei Galopp- und Trabrennen den größten Anteil der Rennen darstellen. Schätzungen zufolge leben mehr als 1,2 Millionen Pferde in Deutschland. Genaue Zahlen gibt es laut PETA aber nicht. 12.600 Pferde landen jedes Jahr beim Schlachter. 98% der Pferde werden für den Sport oder im Freizeitbereich genutzt, davon 10-15% für den reinen Hochleistungssport. Das sind also ca. 150.000 bis 160.000 Pferde in Deutschland, die für den reinen Hochleistungssport genutzt werden. In Deutschland gibt es insgesamt 43 Pferderennbahnen. Pferderennen führen zu erheblichen Leiden der Pferde. Zu den beliebtesten Rennen zählt das Hamburger Derby am 1. Sonntag im Juli jeden Jahres. Dort starten bereits dreijährige Pferde, obwohl sich Pferde in diesem Alter noch im Wachstum befinden. Rund 80% der Ursachen für Trainingsausfälle beim Galopp-Rennsport sind auf Larmheiten zurückzuführen. 20% der Tiere scheiden bereits nach der ersten Saison aus, weil sie entweder krank oder schon tot sind. Darüber hinaus ist laut der Studie Vorkommen, Häufigkeit und Bedeutung von Trainingsausfällen beim Galopp-Rennen, ich zitiere, auffallend, dass das Training der zweijährigen Pferde viel häufiger durch infektiöse Ursachen unterbrochen wurde als in anderen Altersgruppen. Weiter heißt es, vieles spricht dafür, dass die Ursache dafür ein zu früh und zu intensiv durchgeführtes Training der zweijährigen sein könnte, dass infolge von Spätschäden auch die älteren Pferde stärker behindert. Zwei der Studienautorinnen Lindner und Offenay untersuchten Einsatzdauer, Abgangs- und Todesraten sowie Ursachen im Galopp-Rennsport. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass allein in Köln elf Pferde innerhalb von eineinhalb Jahren starben infolge des Trainings. Laut der Studie starben zwischen 1981 und 1986 über 300 Pferde für diesen Sport. Bei über 78% derjenigen Pferde, die bis zu einem Alter von fünf Jahren starben, waren Schäden am Bewegungsapparat die häufigste Ursache. Bei einigen Trabrennen gehen teilweise sogar zweijährige Pferde an den Start. Das wäre so, als wenn wir von unseren Kindern erwarten würden, Leistungssport zu betreiben, obwohl die Knochen und Gelenke noch nicht annähernd ausgewachsen sind. Immer wieder kommt es zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod der Tiere, weil sie sich während des Rennens ein Bein brechen oder völlig erschöpft zusammenbrechen. Die Todesfälle nehmen nach Peter-Einschätzung eher zu als ab. Medikamentenmissbrauch und Verletzungen haben dazu geführt, dass das Interesse der Öffentlichkeit nachgelassen hat an diesen Rennen. Zudem sind Peitschen, Uhren und Scheuklappen sowie Zungenbänder ein klares Indiz dafür, dass es sich beim Pferderennen um eine weitere Form der Tierausbeutung handelt. Denn wenn die das alles freiwillig machen, bräuchten wir sicher keinerlei Hilfsmittel. Häufig kommt es bei den Rennen auch zu Regelverstößen, wenn die Reiter, auch Jockeys genannt, die Peitsche zu oft einsetzen. Letztendlicher Fokus der Pferderennen sind der Profit und die hohen Wettsomen. Experten weisen darauf hin, dass zudem 90 Prozent der Tiere Magengeschwüre aufweisen, was auf großen psychischen Stress schließen lässt. Außerdem leiden viele Tiere kurz nach dem Rennen an sogenanntem Nasenbluten, was de facto eine Falschaussage in den Protokollen des Direktoriums für Vollblutzucht ist. Denn es handelt sich dabei um Blutungen aus der Lunge. Allein zwischen 2011 und 2013 mussten insgesamt 735 Pferde für den Galopp- und Trabrennsport ihr Leben lassen. Davon wurden 46 Tiere auf der Galopprennbahn getötet, wobei die Dunkelziffer laut Meinung von Insidern deutlich höher liegen dürfte. Auch im Trabrennsport sind die Zahlen erschreckend. 152 Pferde waren erst sieben Jahre oder jünger. Als Anmerkung für diejenigen, die nicht wissen, wie Altpferde werden. Das natürliche Alter von Pferden reicht bis zu 30 Jahren oder sogar 40 Jahren bei Ponys. Dressurreiten. In der Dressur gibt es fünf Klassen, angefangen von der E- bis zur S-Dressur. Pferde werden gezwungen, untypische und komplizierte Bewegungsabläufe wie zum Beispiel Pirouetten durchzuführen. Durch reiterliche Hilfen soll das Pferd rittig oder durchlässig gemacht werden. Und auch im Dressursport stehen so gut wie immer wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Hohe Preisgelder und horrende Summen für besonders hochqualitative Zuchtpferde stehen hier im Vordergrund. Bei der Rollkur, auch Hyperflexion genannt, wird der Kopf des Pferdes mit Hilfe der Zügel so extrem zur Brust gezogen, dass das Sehvermögen und die Orientierung des Pferdes stark eingeschränkt sind. Außerdem kann es zu irreparablen Schäden in der Halswirbelsäule kommen. Doch Pferde als klassische Fluchttiere leiden natürlich im Stillen, da sie keine Schmerzäußerungen zeigen. Oder zumindest nicht so schnell. Ich bin kein Super-Experte, aber das haben die Recherchen ergeben. Der Springsport entwickelte sich aus der Jagd heraus. Seit 1912 ist das Springen eine olympische Disziplin. Vor allem in Deutschland ist der Springsport sehr verbreitet. Beim Springen durchlaufen Pferd und Reiter einen Parcours, in dem die Pferde gezwungen werden, in kürzester Zeit über verschiedene Hindernisse zu springen. Daher der Name natürlich. Springt ein Pferd nicht hoch genug und berührt mit den Beinen eine Stange dieses Hindernisses, sodass diese Stange herunterfällt, gibt es Fehlerpunkte. Die Hindernisse in den höchsten Klassen sind bis zu 1,60 Meter hoch. Daher kommt es häufig vor, dass Pferde ein Hindernis regelrecht verweigern oder schwere Verletzungen davon tragen, wenn sie in das Hindernis hineinstürzen. Regelrecht. Kommt es dabei zu einer Fraktur des Pferdebeins, ist das Tier für den Sport unbrauchbar und wird häufig zum Schlachter gebracht. Immer wieder kommt es vor, dass sogenannte Sportpferde an einem Aortenabriss sterben. Pferde zu zwingen, über derart hohe Hindernisse zu springen, entspricht natürlich in keiner Weise den natürlichen Bewegungsabläufen dieser Tiere. Denn in der Natur springen Pferde nur in ausweglosen Situationen über Hürden. Im Wettkampfsport werden Pferde gezwungen, bereits im Alter von drei Jahren über Hindernisse zu springen. Beim sogenannten Blistern werden die Röhrbeine der Pferde mit einer chemischen Substanz eingerieben, die zu Schmerzen führt, sobald das Tier eine Stange berührt. Obwohl diese Methode verboten ist, kommt es immer wieder zu Verstößen, auch bei Olympischen Spielen und auch in der deutschen Reiterequipe. Vielseitigkeit. Das Vielseitigkeitsreiten, früher auch Military genannt, kombiniert Prüfungen aus der Dressur, dem Springen und einem Geländeritt. Vor allem während Pferd und Reiter im Galopp über Natursprünge, über feste Holzhindernisse und tiefe Gräben springen müssen, ereignen sich häufig Unfälle, sodass die Tiere unter Umständen eingeschläffert werden. Der Geländeritt muss in einer bestimmten Zeit durchlaufen werden. Überschreitet ein Reiter diese Zeit, bekommt er Strafpunkte. Das Parcourspringen kann mit den Regeln beim allgemeinen Springen verglichen werden. Für die Reiter ist das Risiko oft gleichermaßen hoch. So kommen immer wieder besonders beim Springen Reiterinnen und Reiter ums Leben, wenn ihre Pferde an den Hindernissen hängen bleiben. Von Reitsportbefürwortern wird die Vielseitigkeit gern als Krone der Reiterei bezeichnet. Es bleibt natürlich die Frage, ob es ehrenvoll ist, wenn Mensch und Tier häufig ihr Leben für eine Sportart lassen müssen. Der Fahrsport bezeichnet das Fahren mit Kutschen und Wagen. Pferde werden ein-, zwei- oder vierspännig vor Kutschen gespannt und müssen Prüfungen in verschiedenen Disziplinen wie Dressur, Gelände oder Hindernisfahren absolvieren. Die Beurteilung erfolgt aus den gemeinsamen Bewertungen aller drei Prüfungen. Auch wenn die Tiere durch Scheuklappen in ihrem Seefeld erheblich eingeschränkt sind, kommt es immer wieder zu tragischen Unfällen. Vielleicht auch gerade deswegen. Pferde sind Fluchttiere, wie schon gesagt, und verbringen in der Natur die meiste Zeit des Tages mit der Nahrungsaufnahme. Ihre natürliche Gangart ist der Schritt. Pferde vor eine Kutsche zu spannen, entspricht in keiner Weise ihrem natürlichen Verhalten. Sie werden gezwungen, über eine Strecke von bis zu 30 Kilometern durch enge Wassergräben oder gefährliche Hindernisse und rutschigen Untergrund zu galoppieren. Durch Kutschen kommt es laut Peter außerdem regelmäßig zu schweren Verkehrsunfällen. Weil im August 2009 ein Pferd, das in einer Kutsche eingespannt war, qualvoll auf offener Straße zusammengebrochen war und starb, bestätigte das Verwaltungsgericht Ansbach kurze Zeit später ein Verbot von Pferdekutschen in der Innenstadt von Rotenburg ob der Tauber. Das Verbot bestätigte darüber hinaus die ernstzunehmende Gefahr, die von Kutschen im Straßenverkehr ausgeht. Das erst elf Jahre alte Pferd Presto musste vorher zusammen mit einem anderen Pferd 13 Fahrgäste durch die Altstadt ziehen. Einen Pferdesport habe ich noch, dann habt ihr es geschafft. Das ist Voltigieren. Da habe ich leider keinerlei große Recherche gefunden, aber ich kann aus eigener Erfahrung und Beobachtung sprechen. Denn ja, abgesehen davon, dass ich auch geritten bin in meiner Jugend, habe ich für kurze Zeit in der Tat voltigiert. Ich sah großartig aus. Wir haben Preise gewonnen. Meistens fünfte Plätze und so. Aber das gilt hier gar nicht als Thema, sondern dass wir voltigiert haben und das ist eigentlich das wahre Problem. Für alle von euch, die Voltigieren nicht kennen, da werden verschiedene akrobatische Figuren auf dem Pferderücken, das im Kreis longiert wird, durchgeführt. Ob das jetzt irgendwelche Pyramiden oder auf den Schultern stehen, im Galopp ist und so weiter und so fort. Also da werden schon sehr beeindruckende Sachen gemacht auf dem Pferderücken. Gleichzeitig ist auch hier natürlich das Pferd nicht dafür ausgelegt, dass verschiedene, schwere und teilweise mehrere Menschen auf seinem Rücken, im Galopp, im Schritt, im Trab, da rumturnen im wahrsten Sinne des Wortes. Und darüber habe ich mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht, ebenso wenig bin beim Reiten, weil das Pferd hat ja Spaß, es will ja bewegt werden. Und es muss natürlich trotzdem machen, was ich will. Und ja, auch nichts, was in irgendeiner Form den natürlichen Bedürfnissen eines Pferdes entspricht. Egal wo Pferdesport stattfindet, egal wie die Tiere leiden müssen, es stellt sich immer die Frage, ob das in irgendeiner Form nötig oder natürlich ist. Und ich weiß, Natürlichkeit ist nicht immer ein Argument. Wir reden ja hier zum Beispiel auch bei Veganismus über die Frage, ob es komplett natürlich ist oder nicht. Aber gerade bei Pferden, die wirklich viel Bewegung brauchen, die Fluchttiere sind, stellt sich wirklich die Frage, ist das alles in irgendeiner Form nötig oder ist es überhaupt zu rechtfertigen? Und wie am Anfang bereits erwähnt, ich bin nicht hier, um sämtliche Menschen, die ein Pferd ihren Gefährten nennen, anzuklagen. Ich weiß, es wird sehr, sehr unterschiedlich mit Pferden umgegangen und ich weiß, es gibt genug Leute, die zum Beispiel mit ihrem Pferd, als sie damals noch geritten sind und noch nicht vegan waren, heute nur noch spazieren gehen. Auch hier gilt immer, selber denken. Stellt euch nur gern immer die Frage, hätte mein Pferd auf das, was wir hier vorhaben, auch selbst wirklich Bock? Denn häufiger, als wir das vielleicht aus unserer Kindheit noch gewohnt sind, lautet die Frage Nein. In den Shownotes findet ihr natürlich wieder einige Links und Infos und Videos zum Thema. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, ist natürlich immer kürzer als so ein Interview, schreibt mir aber nichtsdestotrotz immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at VeggieWorld.de oder bei Instagram at Lars Walter Official. Da könnt ihr mir auch sehr gern folgen und folgt uns natürlich auch sehr gern bei Facebook und Instagram at Official VeggieWorld. Ich beantworte auch alle Fragen, die ich kriege, manchmal dauert es etwas, aber ich gebe mir größte Mühe. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da spreche ich mit Fitness-Experte und Personal Trainer Sebastian Stümer. Ich freue mich sehr darauf, wir reden in einem zweiteiligen Interview, wir haben wieder sehr viel gequatscht. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao.